Oh, doch, ist drauf. Yippie! Moin Leute, auf einen nächsten Tag. Der schwarze Bass steht noch hier. Ich habe mich jetzt mal hier hingebaut, um zu gucken, wie es im Treibau aussieht, weil die schwarze Kiste nämlich auch bald fertig wird. Ich zeige euch ja die meisten Sachen nur an der weißen Anlage, weil ich mit der immer weiter bin. Und es ist ja klar, dass ich euch nur eine Anlage zeige. Oder zumindest in der Reihenfolge, dass ihr es auch für sinnvoll haltet. Und das ist halt meistens nur eine Anlage, weil es ist ja genau dasselbe. Genau, das heißt, der kann theoretisch mal runter. Aber warte mal, ich habe noch etwas, was ich euch zeigen will. Und zwar, ich habe die kleinen Cubes schon zusammengeschraubt mit den Vital FW32. Aber die sind auch immer andere Schurken, die hole ich mal eben. So, da haben wir sie. Also einfach zum Mitschreiben, das ist der Vital FW... Also der heißt ja ausgeschrieben. Das ist der Vital Pro 4 FW32, so für die Krümelpacker. Das ist ein 4 Zoll Breitbandlautschspeicher mit einem Neodym-Magneten. Also sehr, sehr flach. Das ist cool, weil er eine sehr flache Einbautiefe hat. Deswegen kann man die auch so schön kompakt bauen, die Cubes, weil das Brett geht ja rein, vorne und hinten geht das Brett ja in die Box rein. Die Speak-On-Buchsen brauchen Platz. Und das ist halt ziemlich cool, weil so braucht man nämlich so sehr betiefen bauen. In der Größe kenne ich keinen besseren Breitbänder für den Preis. Das Ding kostet, glaube ich, 30 Euro. Hat einen super guten Frequenzgang. Ja, man kann mit dem DSP, den wir ja auch eingebaut haben, noch eine ganze Menge mehr rausholen. Aber super laut für die Größe klingt. Sehr high-fidel, hat ein cooles Abstrahlverhalten. Also auch ein gutes Wasserwall... Wasserwall. Ein gutes Wasserfall-Diagramm. Sieht alles wunderschön aus. Genau, den gibt es in 4, 8 und 16 Ohm. In dem Fall habe ich hier 8 Ohm gewählt. Einfach aus dem Grund, dass wir zwei Top-Teile pro Amp-Kanal anschließen können. Bei 16 Ohm, wenn wir die Power schon wieder zu wenig gewesen von der Endstufe, dann muss die halt viel zu sehr schieben. Und bei 4 Ohm hätten wir nur einen ran machen können. Auch blöd. Deswegen habe ich die Goldene Mitte genommen. 8 Ohm-Chassis. So können wir zwei Tops pro Kanal ranhauen und der Endstufe geht es gut. So, wir haben die Tops wirklich so, so was von kompakt gebaut. Der Treiber hier ist nicht verschraubt. Ich mache trotzdem die Hand runter, ich traue mich nicht ganz, aber es passiert nichts. Also man muss es jetzt nicht reinpressen, aber man muss schon ein bisschen da drücken. Auf jeden Fall. Also er passt wirklich perfekt in das Gehäuse rein. Was natürlich super ist, weil so können wir uns sicher sein, dass wir es wirklich so klein wie möglich gebaut haben. Und genau das wollte ich hier haben. Ich wollte die Anlage so klein wie möglich bauen. Und der hat gerade so noch Platz drin gefunden. So, hier hinten kommen jetzt noch die Speed-Gumbo. Die Speed-Gumbo. Gut. So, hier hinten habe ich auch schon schwarz gestrichen. Kommen jetzt noch die Speed-On-Buchsen rein. Dann werden wir den Kabelbaum verlöten. Ich glaube, das machen wir einfach gleich als nächstes. Ja, Nico ist schlau, aber vorher müsste vielleicht erst mal die Basskiste runter. Ich muss sagen, dass der Tangenband keine Neodymagneten hat. Das merkt man schon. Also das ist schon ein krasser Antrieb, den er hat auf jeden Fall. Vielleicht so den Cubes, die sind ziemlich, ziemlich leicht. Ich bin echt gespannt. Genau, das ist übrigens jetzt der weiße Cube. Jetzt habe ich gerade nur den schwarzen gezeigt. Da sieht man noch, dass da, wo der Treiber drin sitzt, die Schallwand, die muss noch weiß gemacht werden. Aber an sich sind die sonst fast fertig. So, was mir gerade noch eingefallen ist, bevor wir jetzt hier anfangen können zu löten, müssen wir logischerweise erst mal die Buchsen hier hinten reinsetzen. Ich meine, also jetzt nicht fest, aber schon mal die Löcher vorbohren. Weil wenn wir das jetzt schon angelötet haben und die Kabel hier durchgehen, haben wir keinen Platz mehr, um die Buchsen hier ordentlich zu markieren, um wo die Löcher dann reinkommen. Das heißt, am besten, dass wir die Buchsen reinsetzen, mit Augenmaß vermessen. Also gucken, dass das hier nach unten parallel ist. Gebt euch dafür lieber ein bisschen Zeit, dass das auch wirklich ordentlich ist. Ja, das sieht gut aus. Dann nehmen wir uns mit einem Bleistift, markieren hier ordentlich die Löcher. So, dann sieht das so aus. Dann nehmen wir jetzt unseren 3mm Bohrer, bohren da einmal durch. Dann haben wir schon mal die Löcher und dann können wir auch anfangen zu löten. So, jetzt haben wir unsere Löcher. Gucken wir mal, ob das kurz passt. Na, na, sieht auch gut aus. Ich weiß gar nicht, ob ihr das erkennen könnt, aber auf jeden Fall. Das passt. So, dann die wieder raus. Jetzt können wir schon mal anfangen, unseren Kabelbaum vorzubereiten. So, ich habe jetzt hier ein Kabel gefunden. Zweieinhalb dick genug. Jetzt fragt sich jeder, warum denn zweieinhalb Quadrat für einen 30 Watt Breitbänder? Folgendes. Ich baue die Buchsen so, dass wir die durchlegen. Das heißt, alle vier Pole sind komplett looped through und man kann wirklich vierpolige Kabel auch mit dicken Lasten durch die Box durchschleifen. Natürlich muss das Kabel zum Treiber nicht zweieinhalb sein. Das könnte auch theoretisch 0,75 Quadrat sein. Aber da wir halt alle Pole wirklich komplett durchlinken, möchte ich das mit einer ordentlichen Kabelstärke haben, weil man weiß nie, was für Trotteln hinten dran hängt. Oder selbst wenn es, es muss nicht mal ein Trottel sein, aber wenn du halt selber noch ein 18er Bass irgendwie durchschleifst, keine Ahnung, der liegt gerade gut auf dem Weg. Und wenn es nur als spooky gilt oder irgendwas, dann bist du auf einer sicheren Seite und brauchst nicht über nachdenken, was da intern verkabelt ist. Deswegen einfach mal gleich auf Nummer sicher gehen, ein dickes, gutes Kabel verbauen, dann kann nichts schief gehen. So, wir schauen mal eben, wie viel Kabelweg wir brauchen, um von hinten zum Ladsprecher zu kommen. Das ist recht dicke. Wir müssen sie dann praktisch nach draußen ranlöten können. Hier unten wird er sein. Gut, dann reicht das Stück an Kabel auf jeden Fall aus von den Buchsen zum Ladsprecher. Das werden wir uns schon mal abschneiden. Das können wir uns dann nämlich gleich aufheben. So, das merken wir uns. Das nehmen wir für den Phi-Teil. So, jetzt brauchen wir nochmal vier Einzeldrähte, damit wir alle Pole der Buchsen durchlinken können. Bedeutet, erstmal richtig rum hinsetzen, die beiden. So, wir wollen alle Pole jetzt nach da, nach da, nach da, nach da, alle parallel durch. Damit wir wirklich vierpolig durchlinken können. Und das ist jetzt kein Witz, es macht sich wirklich am besten, wenn ihr die einzelnen Kabel, die einzelnen Pole hier trennt. Das lötet sich einfacher und das fädelt sich auch einfacher am Ende durch, als wenn da so ein halb zusammengebacktes Kabel noch rumliegt. So, jetzt brauchen wir irgendwas, dass das hier ein bisschen einfacher ist. Ich könnte theoretisch einfach jetzt die Buchse mit doppelseitigem an die Platte hier ran machen, aber ich will das Handtuch immer drunter behalten, weil so scharfe Kanten oder irgendwas Empfindliches wie ein Lautsprecher oder ein frischlackiertes Gehäuse wird einfach nicht zerkratzt. Deswegen arbeite ich gerne auf so einem weichen Untergrund. Aber ich zeige euch mal was. Jetzt kommt Nico mit seinen wunderhübschen Schuhen und seiner hammermäßigen Hose. Das ist nur Arbeitskleidung, Leute. So, dann nehmt euch euer Brettchen, packt das hier hin und nehmt einmal doppelseitiges Klebeband. Das ist, wie ich finde, ein super einfacher Trick. Ob man ihn als Trick bezeichnen sollte, weiß ich auch nicht, aber ich tue es einfach mal. So, schleiden wir uns hier so einen Streifen ab. So, backen den hier einfach rauf. Flupp. Jetzt können wir die Buchsen hier rauf machen. Klar, ich könnte auch einen Schraubstock nehmen, habe ich aber gerade nicht da, also behelfe ich mir so. Flupp. So, jetzt haben wir wenigstens schon mal was, dass das hier nicht wegrutscht. Der Schwamm ist noch trocken. Meine Güte, gar nicht vorbereitet hier. So, jetzt ist der Schwamm auch nass. Endlich können wir anfangen. So, der Schritt, der jetzt kommt, sollte eigentlich jedem, der es schon mal gelötet hat oder der es rauf hat, bekannt sein. Dann weg geht es hier. Wir werden erstmal die ganzen Kontakte der Buchsen verzinnen. Das machen wir am besten von außen. Da darf der Lötkolben auch ruhig 350 Grad heiß sein. Wenn wir dicke Kabel haben, macht es sich immer ein bisschen besser. Macht es aber nie zu heiß. Jetzt haben wir alle verzint und wir können ja jetzt schlecht die Kabel schon so ran machen, sonst kriegen wir es nicht mehr in die Buchse hinten rein. Das heißt, wir können nur eine Buchse fest verkabeln, müssen die beiden Buchsen durchfädeln und können danach die letzte Buchse erst draußen verkabeln, an der Box praktisch selber. Deswegen würde ich sagen, löten wir jetzt die Buchse, die am schwersten zu löten ist, damit wir die zuerst drin haben. Und zwar ist es die Buchse, die mit allen vier Kabeln und dem Kabel, das zum Treiber geht, bestückt ist. War das ein richtiger Rast? Ich hoffe doch. Das heißt, wir machen jetzt hier alle vier Pole ran. Und die zwei zusätzlichen für den Treiber. Schieben die Buchse schon mal durch, fädeln die vier Kabel zum anderen Loch raus und löten dann die letzte Buchse rein, bevor sie festgeschraubt wird. Habt ihr verstanden, was ich meine? Ich hoffe doch. So, dazu wie gehabt ist nichts Neues. Erstmal alles abisolieren. Nicht wahr? Und dann wird jedes Kabel erst mal verzinnt. Das dauert jetzt eine Weile. So, die beiden Kabel, die praktisch jetzt die Polung 2 plus 3 minus durchlinken, habe ich jetzt schon mal fertig verzinnt. Jetzt mache ich einen kleinen, ja ich nenne es mal wieder Trick, aber es ist eigentlich kein wirklicher Trick. Jetzt machen wir folgendermaßen. Und zwar schon beim Verzinnen drehen wir die beiden Kabel zusammen. Einmal das Kabel, was zum Treiber geht und das praktisch auch die Einserpolung bei den Buchsen durchlinkt. So, das heißt, wir isolieren die auch ein bisschen länger ab. Oh Mann, Nico! Ohne hier noch weitere Blitzel mit rauszuziehen. Das war natürlich ein dummer Zug. Die isolieren wir jetzt ein bisschen länger ab, weil wir die miteinander schon verdrillen und dann erst zusammen verzinnen. So, plus, plus. Jawohl. Ja, die verdrillen wir jetzt schon so zusammen. Nico lötet mit links. Boah, heiß! Genau. Aber so macht ihr das eben. Da könnt ihr doch das letzte Ende abknipsen. Dann habt ihr auch die beiden Kabel wirklich zusammenverzinnt. Und braucht ihr nicht irgendwie ganz komisch zusammen an den Kontaktrand fummeln. Ist ein bisschen einfacher. So, Freunde. Ach, scheiße. Ich habe mal vergessen, das zu verzinnen. Ach, sehr blöd. Ich wollte gerade hier anmoderieren. Du Idiot. Nice. Wunderschön. Jetzt würde ich sagen, machen wir die beiden schon mal in die erste Buchse ran. Weil das ist ja das Kabel, was zum Falter F32 geht. Und die beiden Linkkabel, die zur anderen Buchse geht. Danach machen wir die beiden, die die zwei Abholungen durchreichen. So. Natürlich ist hier auch so ein bisschen Safety first und so. Es ist zwar jetzt nicht, da fließt zwar jetzt kein Riesenstrom, man könnte es theoretisch weglassen. Aber ich bin ein großer Freund von solch einer Sicherheit. Und ziehe deswegen ganz gerne trotzdem nochmal Schrumpfschläuche rüber. Die müssen ja auch nicht groß sein. Mann, wer ruft denn jetzt an? Das nervt doch hier. So. Der E-Trik rief an. Wir mussten gerade eben ein paar Dinge klären. Weil jetzt, wo ihr das Video seht, bin ich mich aus dem Urlaub zurück. Der ist noch gar nicht wahr. Wir fahren nämlich zwei Wochen mit einem T5 nach Kroatien mit fünf Leuten. Das wird doch über lustig. So. Weg von der Ausschweifung. Jetzt seht ihr, habe ich hier schon ordentlich praktisch hier die 1 plus 1 minus Kabel an die Buchse herangelötet. Mit Schrumpfschlauch rüber, dass das auch alles ordentlich ist. Den werde ich jetzt noch schrumpfen lassen. Und genau. Das ist jetzt das Kabel für den Breitbänder. Das ist jetzt für die Durchlenkung. Jetzt haben wir noch die beiden hier herangelöten. Können die erste Buchse schon mal reinsetzen. Wenn die vier Kabel dann zur anderen Buchse hier durchfädeln. Und die dann auch noch herangelöten. So, ich finde es ist ziemlich cool geworden. Sieht alles recht entspannt und lustig aus. So. Jetzt können wir die erste Buchse schon mal hier durchfriemeln. Einfach erstmal rein ins Gehäuse. Flipp. Jetzt müssen wir uns halt nur die richtigen Pole raussuchen. Das ist halt ein bisschen tricky. Das ist auf jeden Fall schon mal der nach außen muss. Weil das ist ein Einzelner. Das ist auch ein Einzelner. Das sind also dementsprechend die 2 plus 2 minus. Ich glaube, die löten wir zuerst an. Ich glaube, wir schieben gar nicht erstmal alle vier durch. Ich glaube, ich löte erstmal jetzt die beiden an, von denen ich weiß, dass es die 2 plus 2 minus sind. Danach löte ich dann die 1 plus 1 minus an. Dann sind wir auch schon fertig mit den Buchsen. Ja, wie mache ich mir das jetzt hier? Wie halte ich das jetzt fest? Ja, Nico, das habe ich dir ja nicht mitgedacht, ne? Das ist natürlich ganz schön doof. Hm. Ich habe keinen kleinen Schraubstock hier. Scheiße. Das gute alte Gaffa. Ja, ist nicht schön, aber selten. So. Scheißegal jetzt hier. Jetzt löte den Bums da ran, denn das ist gut. Ja, machen wir es halt so. Juckt mich auch nicht. Na, klappt doch. So, jetzt haben wir auch bei der Buchse alle Kabel ran gelötet. Jetzt muss ich mir nur irgendwie die Schrumpfschleiche, die ich vorher rübergezogen habe, wieder rausholen. Ist jetzt so ein bisschen Fummelarbeit. Aber wird geil. Wir könnten jetzt schon die Schrauben reinmachen, haben wir jetzt die Buchsen wirklich fertig gelötet. Das heißt, hier oben drehen wir es am besten. Gut, in beide Richtungen will er sich ein bisschen fast durbeln. Ist mir jetzt auch egal. Gut. Nehmen wir uns hier unsere Senkkopfschrauben. Davon brauchen wir, ja doch genau, vier. Super. Gell. Dann brauchen wir auch vier Muttern. Nice. Und? Ne. Wir brauchen noch vier Sprengringe. Eins, zwei, drei, vier. Geil. Rein damit. Ah, was ist das hier für ein Scheiß. Das geht doch rein. So. Von hinten setzen wir jetzt einen Sprengringer und eine Mutter und dann können wir die Schrauben... Die Schrauben jetzt ja festschrauben, na klar. Naja, obwohl an sich ja schon, aber ich meine die Buchsen festschrauben. Und genau aus diesem Grund schaue ich bei jedem Bauprojekt, bevor ich etwas zumache, immer nochmal dreimal rein, ob die Verdrahtung wirklich stimmt. Weil hier habe ich jetzt nämlich einen Fehler gemacht. Zwei Minus und Eins Minus sind richtig durchgepatcht. Aber ich habe Eins Plus und Zwei Plus von den beiden Buchsen jeweils vertauscht. Das heißt, das Eins Plus von der Buchse ist bei Zwei Plus da drauf und das Eins... Äh, und das... Was? Nein, ihr versteht schon. Wie bei einem Plus Pole halt vertauscht. Das heißt, die Buchse nochmal raus und die beiden Plus Pole richtig rum ran löden. Jetzt muss ich halt die Schrumpfstörche killen, aber ist nochmal so. So, ich habe das alles korrigiert. Also alle Pole stimmen jetzt. Jetzt können wir wirklich auch die Schrauben hier rein machen und das Festschrauben. Ich habe schon bei der Buchse echt gerade fast einen Ausraster bekommen, weil es ist so schwer, diese kleinen Muttern hier in das Gehäuse rein zu fädeln. Da kann ich euch nur einen kleinen Quick-Tipp geben. Viele versuchen, die Muttern intern auf die Schrauben so mit ihren kleinen Fingern raufzuschrauben, die Muttern. Ist Quatsch. Haltet nur mit einem Finger praktisch die Schraube an die Mutter gegen das Gewinde und versucht euch mit dem Schraubendreher praktisch den Gewinden anfang zu suchen. Das ist deutlich einfacher, als zu versuchen, die Mutter hinten raufzuschrauben. Aber bei der Buchse ist es jetzt wirklich noch schwieriger, weil das Gewinde wirklich komplett in der Ecke sitzt. Oh, doch, ist drauf. Yippie! Und das ist wirklich der... Boah, jetzt ist der Sprenging ab... Jetzt wisst ihr was, was sich an dieser Box wirklich abfuckt. Dieses Scheiß-Gewinde-Scheiß hier raufzukriegen. Naja, wenn ich es fertig habe, dann melde ich mich nochmal. So, beide Buchsen sind fest. Die rechte ist ein ganz bisschen schief geworden. Ärgert mich. Aber naja, das ist halt beim Eigenbau so. Kann immer passieren. Dann müsst ihr selber für euch entscheiden, wie genau ihr das macht oder einfach wie eure Baukünste sind. Ja, bei mir ist es ein ganz bisschen gefehlt. So, jetzt haben wir ja hier unten den Kabelbaum. Den müssen wir jetzt versuchen ein bisschen runterzudrücken, damit auch praktisch unser Pfeilteil nicht da irgendwie ins Gehege kommt. Deswegen ein bisschen nach hinten schieben alles. So, jetzt haben wir hier unser rausguckendes Käbelchen. Und das wollen wir logischerweise auch mal an den Lautsprecher anschließen. Dafür würde ich sagen, wenn wir uns den hier so irgendwie reinlegen... Ja, das klappt ganz gut. Und dann verzinnen wir das Kerlchen erstmal. Wundervoll. Das hat schon mal auf Anhieb wunderbar funktioniert. Jetzt müssen wir natürlich nur auf die Polung achten. Das ist ja super wichtig. Das ist, glaube ich, das brauche ich nicht zu erklären, warum das wichtig ist. Aber der Lautsprecher muss definitiv richtig gepolt sein. Oh, das ist natürlich ein Handicap mit den Magneten hier. Vor allem, weil dieser kleine Neodym-Scheiß so unglaublich stark ist. Also man denkt, dass dieser Magnet hier hinten keine Power hat. Doch, hat der. Nice one. So, jetzt haben wir auch den Fighter FL32 endlich mal festgemacht. Und jetzt kann er theoretisch schon ins Gehäuse versenkt werden. Gucken wir mal. Der passt halt wirklich super knapp hier ins Gehäuse rein. Geil! Jetzt klebt er hier unten noch fest. Jetzt haben wir unseren ersten Lautsprecher eigentlich schon fertig. Unser erstes Top-Teil. Also rein technisch. Natürlich fehlt auch das Gitter. Jetzt müssen wir die Schrauben für den Treiber erstmal rein machen. Aber rein technisch haben wir unser erstes Top schon mal fertig. Der Treiber ist verschraubt. Ich finde es sieht ziemlich cool aus. Jetzt ist der Treiber verschraubt. Jetzt werden einige sagen, hey, Silberner Schrauben ist aber gar nicht schlimm. Der Rahmen später wird die verdecken. Das ist jetzt der Rahmen von einer weißen Box. Deswegen passt er jetzt nicht ganz genau auf diese. Aber wir sehen, wenn wir den Rahmen raufpacken, wo praktisch unser Stoff später bespannt wird. Wir müssen, also wir müssten theoretisch nicht, weil der Schall ja nicht direkt von der Säcke kommt des Treibers. Da ist auch genug Platz, dass der schwingen kann. Aber ich glaube, ich würde an jeder Ecke mit dem Dremel ein ganz bisschen so eine Rundung in den Rahmen später einfräsen, dass das Ganze ein bisschen schöner ist. Aber an sich bin ich damit schon super zufrieden. Ist relativ leicht der Würfel, ist jetzt nicht super schwer. Speak-ons sind drin, Treiber ist drin. Alles sehr stabil, ziemlich cool, sehr kompakt, sehr klein. Leider muss ich jetzt schon wieder los zum Jane-Aria-Dreh. Aber vielleicht machen wir heute Abend noch weiter, wenn ich wieder da bin. Aber ich bin bis jetzt schon mal sehr zufrieden. Ich bin bis jetzt schon mal sehr zufrieden.